... aufgetreten sind, gemeinsam, dann bitt man auch auf die Bühne, weil er hat heute seinen Fanclub dabei und ich werde jetzt sagen, du musst ja schau mal an spielen, nein, oder? Sie hat gesagt, wir saßen vor dem Vornamen, seinen kurzen Namen kann ich mir ja gar nicht merken, das ist der Gürt und er kriegt einen Tenten Applaus, Gürt, meine Brüder, die Gürtel, und du spielst einfach, Freunde. Und wisst Freunde, das ist das Schöne, dass viele Fans und Freunde und auch, dass man es, gesagt, international zusammenführen kann. Holland spielt jetzt auf der Bühne, begleitet von den Zellbergbuben, Pira. Holland spielt gemeinsam mit den Zellbergbuben und ich sage, das ist ein Applaus wert. Auf geht's! scrollt! schief, 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 schief! Schief, schief! schief, schief, schief! schief, 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 schief! Hochschief, schief! Wolfgangstück! Das ist doch ein Trommel! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.